Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind heute im Stubartal in Österreich und laufen den wilden Wasserweg. Es sind sehr viele Wasserfelder auf dem Weg. Hoffentlich bekommen wir tolle Bilder. Viel Spaß beim Video. So, noch mal zur Erklärung. Wir sind hier unten am Parkplatz und laufen den ganzen Weg hier hoch bis zum ersten Wasserfall, der Graberwasserfall. Weiter an der Sulzenauer Alm vorbei bis zum Sulzenauffall und vielleicht bis zur Sulzenauerhütte. Mal schauen, wie viel Schnee liegt. Ich glaube nicht, dass wir es bis zum Gletscher schaffen, aber das werden wir ja sehen. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier sind wir jetzt am Graber Wasserfall, hier ist der Dritter, das sieht ziemlich vereintragend aus, die Höhe kann man kaum abschätzen, ich glaube, das ist Zeit für die Drohne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein ziemlich cooler Aufstieg am Rand des Wasserfalls. Bis ganz nach oben, auch so Holzplanken, da muss man gut aufpassen, zum Glück hat es nicht geregnet, dann geht es einigermaßen. Und oben soll ja nochmal eine Aussichtsplattform sein. Bis dahin, viel Spaß mit den Bildern. Fronte, der Aufstieg zur Sulznerhütte, der zieht sich ganz schön. Man hat das gedacht. Mit vier Geröll. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.